Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Jute, wie schön dich zu sehen. Und hallo an alle Menschen und Ohren da draußen. Ich muss meinen Stift weglegen. Guck mal, wir sagen immer, wir dürfen nicht klacken mit dem Stift und ich mache es selber. Und damit keine Störgeräusche im Hintergrund kommen, wenn ich sie vorstelle, lege ich den Stift aus der Hand. Liebe Katrin, es ist uns ein Fest, dass du uns wieder mal besuchen kommst. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wer noch nicht ihre Stimme erkannt hat, welche Katrin gemeint ist, ist es die Katrin. Die einzig Wahre. Ob ich überhaupt noch Kaddi zu dir sagen darf, habe ich dich auch nicht gefragt. Darf ich das? Dürftest du auch. Genauso wie ich ja so ein Sonderrecht habe. Genau. Katrin und ich kennen uns schon viele, viele Jahre. Ihr kennt sie als Katrin Hohmann. Sie ist Expertin für Kindheitspädagogik, Autorin, mehrere Bücher, selbst natürlich auch Mama. Hat einen Kita-Träger gegründet. Nebenher mal eben noch nach ihrem Studium. Was man halt macht. Was man eben so macht, wenn man wahnsinnig viel Energie hat. Möchtest du noch was ergänzen? Habe ich was Wichtiges vergessen? Nee. Das klingt rund. Das klingt schön. Lasst uns lieber ins Thema gehen und wäre es, also ich denke auch immer, wenn da noch was zu interessiert, man findet uns ja. Man findet uns ja, man kann ja, Google gibt es ja, man kann da ja so einen Namen eingeben und auf einmal findet man manchmal mehr, als man wissen will. Das stimmt allerdings. Wobei, na gut, also du bist ja eh mit deinem Namen verknüpft, aber dein Insta läuft, läuft es, ich bin so gut von mir gerade. Läuft noch über Kindheit, Kindheit erleben, genau. Kindheit erleben, genau. Ja. So, damit hätten wir das auch geklärt. Unser Insta läuft übrigens über Mamsterrad. Könnt ihr ja mal vorbeikommen, wenn ihr möchtet und ihr findet uns auch bei allen Podcastportalen, bei YouTube als Videocast. Und mein kleiner Sohn hat gestern zu mir gesagt, Mama, du musst sagen, das machen die anderen bei YouTube auch immer, abonniert unseren Kanal über die kleine Glocke oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir hätten ihn genau fragen sollen, wo man abonniert. Wirklich. Ich mache das nochmal, aber er sagt, bitte abonniert unseren Kanal. Das habe ich damit dann auch erledigt. Kann ich ihm sagen. Yes, wieder was. Perfekt. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ich habe meinen Sohn jetzt auch versucht, schmackhaft zu machen, ob er nicht einen Nebenjob möchte, so ein bisschen Videoschnitt oder irgendwas in den Sommerferien. Also da kommt was nach. Das sind kluge junge Menschen. Next Generation. Das ist wirklich auch krass, was die schon für einen ganz anderen Bezug zu diesen Medien haben. Gut, aber darum soll es tatsächlich nicht gehen. Wobei, genau, so ein bisschen passt es ja auch in Ich sehe, was du brauchst. Mein Kind braucht offenbar sehr dringend Medienzeit am Tag, aber das ist nicht der Inhalt deines Buches. Genau, du hast nämlich ein neues Buch draußen, ganz frisch. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gelesen, sondern als Hörbuch gehört. Genau, Imke zeigt es einmal ins Bild für alle, die uns bei YouTube sehen. Es ist voll cool mit der Schaukel. Mir ist direkt schlecht geworden. Ich kann nicht mehr schaukeln, aber als Hörbuch ist halt auch mega, weil man einfach in anderen Situationen das nutzen kann. Und ich finde es echt cool, wertvoll geworden. Vielen Dank für deine Arbeit. Ja, und ich denke auch so Hörbuch, also ich war auch ganz aus dem Häuschen, weil es geht ja gerade um auch Eltern, die ja bestrebt sind, immer ihr Bestes zu geben und auch ein bisschen erschöpft sind, viel zu tun haben. Und dann schenkst du so ein Buch und sagst, jetzt setz dich mal und lies mal ein Buch. Also manchmal ist es ja so, denn das noch. Das ist echt so. Ich habe auch mit den Kindern zogen hier nochmal krassere Bücherstapel ein. Die wuchsen immer, weil ich so viele spannende Bücher gefunden habe, die ich unbedingt lesen wollte. Das schaffst du halt nicht. Also ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Am Abend eines trubeligen Alltagstages noch drei Sätze am Stück zu verstehen in einem Buch. So, das funktioniert für mich nicht so gut. Deswegen war ich total dankbar, als du schriebst, dass es auch als Hörbuch draußen sei. Ein bisschen verwirrt war ich, dass es gar nicht deine Stimme ist, aber sie macht das sehr gut. Also es ist wirklich schön gelesen. Man kommt gut mit. So, voll cool. Und darum finde ich tatsächlich aber auch, genauso wie unseres. Du kannst durchblättern, bleibst irgendwo hängen und fängst da weiter an zu lesen. Also es ist jetzt kein Roman, der komplett 350 Seiten an einem Stelle durchgelesen sein muss, sondern es ist schön stackable. Und ich habe es tatsächlich auch nur reingelesen, weil die Zeit ja auch ein bisschen davon lief. Aber ich bin an der einen oder anderen Stelle doch länger hängen geblieben, als ich eigentlich mein Zeitkontingent hatte. Weil es erstens richtig schön geschrieben ist und zweitens auch sehr gut auf Punkt wird. Also auch von mir ein herzliches Danke für deine Arbeit. Ja, und ich denke, das ist auch immer so das Wichtige, dass wir Menschen berühren und eine leichte Sprache finden, weil alles, also so wie ich auch gerade beschreibe, wenn ich dann noch einen Satz dreimal lesen muss, damit ich ihn verstehe, was mir auch öfter passiert, denke ich immer so, nee, bitte. Also bitte schreib doch einfach so, dass wir miteinander in Kontakt sind. Du legst es irgendwann weg und bist halt so, ach nee, komm, jetzt nicht ein anderes Mal. Lass uns drüber sprechen, was dein Buch ja auch mitbringt. Bücher an sich haben wir jetzt abgehakt. Es ist schwierig, dass es Hörbücher gibt. Oder Podcasts. Genau. Du hast in deinem Buch, und das finde ich halt total wichtig, geht es hauptsächlich darum, das Verhalten quasi nicht als solches zu erkennen, dass es die Wut für sich alleine steht, sondern dass hinter dieser Wut eines Kindes durchaus auch ein Bedürfnis stehen wird. Und nicht nur beim Kind, Gott sei Dank auch bei den Eltern. Ich glaube, das ist super wichtig. Erstmal total spannend und wichtig zu wissen, es geht, also wir nehmen ja immer irgendwas wahr und dann beißen wir uns dann manchmal so daran fest und denken, ich will das jetzt verändern. Und dann bleiben wir vielleicht nur beim Gegenüber. Also erstmal zu verstehen, es geht ums Gegenüber und es geht um mich. Also wir sind ja immer, immer im Tanzen und immer miteinander. Und dann wirklich auch zu erkennen, da ist was hinter. Ja. Und ich sage immer wieder so, wir wollen so gerne auf diese Knöpfe drücken, um da irgendwas zu verändern. Und manchmal drücken wir dann auch einen Knopf, manchmal ein bisschen kraftvoller, machtvoller. Der tut dann richtig weh und auf einmal verändert sich was. Die Frage ist, in welche Richtung. Und diese Erkenntnis, dass Kinder wirklich einfach, und wir Erwachsenen auch, für sich kämpfen und nicht gegen jemanden. Also wirklich nach wie vor, ich beschäftige mich jetzt mit Wut und diesen ganzen Gefühlen und so schon einige Jahre und lese wirklich viel von Studien über alles Mögliche, was ich so kriegen kann. Und das ist so tatsächlich nach wie vor auch so mein Leitsatz. Und die habe ich ja auch verfasst. Also alle meine Leitsätze auch aus den ganzen Fortbildungen, Beratungen und und und, die mir so helfen. Und ein Kind kämpft für sich und nicht gegen dich, ist so mein Reminder, weil ich merke, ich gehe nicht in den Gegenangriff und merke, vielleicht habe ich Ärger. Aber der entspannt sich spätestens, wenn ich den dann auf dem Schirm habe, relativ schnell, weil ich weiß, okay, hier ist ein Auftrag an mich. Übersetzen, da sein und nicht kämpfen. Ja, das ist ja auch ein Satz, den wir ganz häufig im Podcast nutzen. Nicht gegen dich, sondern für sich. Ich mache das auch bei mir in der Praxis mit meinen Mamas. Das darf man sich eigentlich wirklich wie ein Mantra irgendwo an den Spiegel kleben und mit jedem Wutatfall oder auch mit jeder patschigen Antwort eines erwachsenen Menschen, den du auf der Straße triffst. Ich habe dann immer gerne das Beispiel gemacht, wenn jemand beim Supermarkt hinten in die Hacken fährt mit dem Einkaufswagen und man sich am liebsten Wutentband umdrehen möchte und den oder diejenigen erstmal zur Sau schimpfen möchte. Ja, vielleicht war es tatsächlich kein Vorsatz, mit dem Wagen in deine Hacke zu fahren, sondern es war tatsächlich, weil der Kopf bei anderen Personen auch so krassvoll ist, vielleicht erschöpft, vielleicht tatsächlich ganz traurig gerade. Wir erleben Menschen ja immer nur in Situationen andere, meistens ja nicht Stunden am Stück, sondern immer nur situationsbedingt. Und wir wissen einfach nicht, was vorher da passiert ist. Und im besten Fall, und ich glaube, in allermeisten Fällen ist es, das Verhalten nicht da, uns zu ärgern oder uns anzugreifen. Und trotzdem verstehen wir es häufig so. Ja, und ich glaube, die Krux ist halt auch, dass du oder dass wir in dieser defizitorientierten Gesellschaft leben, dass wir immer nur das Problem als erstes sehen. Wir haben gar keine Zeit, wir nehmen uns gar keine Zeit, das Verhalten zu hinterfragen, sondern wir wollen nur erstmal dieses Verhalten schnell wieder weg haben. So, das macht es für den Moment, du hast es auch gerade angesprochen, gerade mit Macht leicht, wenn dann auf einmal Dinge funktionieren. Aber das ist auch was, ich merke, wie mich das richtig, richtig triggert. Also dieses Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen oder auch zwischen erwachsenen Personen. Oh, das ist was, hei, 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 hei. Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Wirklich. Ist halt wirklich so, ne? Also, ja. Oder auch in der Schule. Wir haben das unfassbare Glück, wirklich tolle Lehrkräfte abbekommen zu haben. Aber was ich manchmal von Freundinnen höre, wie da in der Schule noch gesprochen wird. In die Witzka. Ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist halt das Nächste, ne? Also um was zu verändern, braucht es das Wissen. Es braucht diese Infos. Also das versuche ich halt auch, egal wo ich irgendwie tätig bin, ne? Zu berühren. Also irgendwie auch so dieses Gefühl zu wecken, zu gucken, wofür ist es denn wichtig? Und gleichzeitig aber auch ganz leicht verständliche Infos zu geben, weil mit diesem Wissen kann ich ja auf einmal auch anders handeln. Also was hat mir in meinem Leben das schon wirklich beschert, zu verstehen, warum Kinder beispielsweise vorm Fernseher wirklich irgendwann versacken und eine Krise kriegen, wenn der präfrontale Kortex schläft zum Beispiel, ne? Das sind ja manchmal auch so Sachen, wo ich denke, ah, verstanden, jetzt kann ich auch anders handeln. Und beim Adultismus ist es aus meiner Sicht ähnlich, ne? Wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, weil wir es einfach immer so machen und aus anderen Gewohnheiten nicht rauskommen. Und dann wird es mir bewusst... Und falls du es halt so gelernt hast auch, ne? Einfach... Genau. Und dann wird es mir bewusst... Das ist der eine Weg, den du kennst, ja. Und dann wird es manchmal schmerzhaft. Also dann fällt es ja auch so auf. Ähnlich ist es mit Diskriminierung, mit Rassismus, mit so vielen Ismen, wo ich denke, ach krass, das war mir gar nicht so klar, aber ich kann dann ja handeln. Und beim Adultismus ja ähnlich. Also wie oft in Seminaren übertrage ich Beispiele in die Erwachsenenwelt, wie Jasper Jules ja auch so gerne gemacht hat, und die Leute lachen. Und ich denke, ja, witzig, ne, dass wir darüber lachen können. An der Stelle ganz kurz, lass uns den Begriff einmal erklären. Ich kenne ihn, wir kennen ihn, wir sind in unserer Bubble. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele, viele Frauen da draußen jetzt immer wieder zurückgespult haben. Und nochmal, was sagst du da, Kathrin? Genau. Hätte ich auch im nächsten Schritt gemacht, weil ich war neulich auch in der pädagogischen Fortbildung und habe es so mit eingeleitet, also auch gerade Gewalt und grenzverletzendes Verhalten und so und habe dann auch kurz gefragt, tauscht euch mal kurz aus, ne? Und das war wirklich spannend, weil auch in der pädagogischen Fachwelt waren einige und sagten, kannst du mir kurz sagen, was bedeutet das? Natürlich kann ich das, weil es ist ja nicht so, also willst du nicht, sondern hinzu, na klar, deswegen sind wir ja hier, Adultismus, ne, Adult, Erwachsenerisme, ne, Diskriminierungsform und letztlich ist es, wenn wir Menschen, also ganz kurz gesagt, man könnte wahrscheinlich darüber auch viel mehr erzählen, wenn wir Menschen ja aufgrund ihres Alters herabstufen, diskriminieren einfach, weil wir meinen, wir sind klüger, besser, weiser, älter, ne? Und deswegen kommen dann so eine Sätze, solange du deine Füße, das geht dich gar nichts an, werd erst mal erwachsen, dann kannst du mitreden, das sind alles so Sachen und die sind uns vielleicht geläufig, aber es sind ja auch diese ganzen Feinmomente und ich glaube, wenn wir die durchbrechen und schon merken, ah, das meint jetzt auch die Gleichwürdigkeit, da kommen wir einfach auf einen ganz anderen Nenner. Ich finde übrigens das Wort gleichwürdig mega, weil eine Gleichberechtigung, das ist ein nicht wirklich eine Gleichberechtigung. Mein Kind hat einfach nicht die gleichen Rechte wie ich, das funktioniert nicht. Ich habe eine Verantwortung, es ist im Grundgesetz verankert, dass ich für das Wohlergehen meines Kindes sorgen muss und damit gehen ja ganz andere Pflichten, aber eben auch Rechte einher. Ohne die Würde zu verletzen, ne? Und da kommt es ja, ohne, das ist jetzt so knifflig. Genau, ja, ja, absolut. Aber das, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, aber ich finde das auch wahnsinnig spannend, Kinder gleichwürdig zu behandeln, also nicht nur spannend, sondern einfach wichtig. Ich hatte gerade noch einen Punkt, den du mit angerissen hast, auf den ich nochmal kurz hinaus wollte. Ich habe ihn vergessen, er kommt wieder. Macht nichts. Vielleicht, wir gucken mal. Vielleicht, und wenn nicht, dann war es doch nicht so wichtig. Genau, und vielleicht da jetzt auch zur Gleichwürdigkeit, also nur so ganz, ganz kurz, ne? Ich finde, das kann man durch die Sprache schon so deutlich machen, also dass wir uns einfach genauso ernst nehmen. Gleichwürdigkeit bedeutet ja auch kurz runtergebrochen, die Gefühle, Bedürfnisse, Interessen des Gegenübers nehme ich genauso ernst wie die meinen. Also ich mache keinen Unterschied. Und das heißt nicht, so wie du gerade gesagt hast, dass wir am Ende des Tages nicht letztlich doch entscheiden, weil wir einfach einen Wissens- und einen Erfahrungsvorsprung haben. Weil wir manchmal wirklich weiser sind als ein fünfjähriges Kind. Letztlich natürlich dann irgendwann Schützchen auch. Einfach um den Schutzgedanken zu verfolgen und zu sagen, ja, du willst jetzt noch bleiben und, und da kommt nämlich der Unterschied nicht, aber ich sage, wir gehen jetzt, dann bin ich nämlich, wer es jetzt sieht, gleich in so einem Kipp und das fühlt sich fürs Kind auch dieses Aber gleich so an wie, naja gut, dein Satz hat doch viel mehr Gewicht. Alles klar, na dann packe ich wieder ein. Und dann kämpfen Kinder manchmal gar nicht um dieses Thema, sondern um ihre Würde. Und das zu unterscheiden. Also sage ich, du willst noch bleiben und wirklich spielen und bist hier total vertieft. Und ich sehe die große Gewitterwolke und habe echt Sorge, dass Punkt, Punkt, Punkt. Dieses kleine Unterschied zwischen Aber und Und macht für mich auch schon und so ein Unterschied in Macht, Missbrauch und Gleichwürdigkeit zum Beispiel. Ja, so kleine Kniffe. Ich habe damals mal das Beispiel gebracht, du würdest höchstwahrscheinlich auch ziemlich angefressen sein, wenn dein Mann kurz vor dem Happy End bei Dirty Dancing den Fernsehaut macht. Wir haben besprochen 15 Minuten noch und jetzt ist Feierabend. Also wie gehen wir aufeinander zu? So wie wir Erwachsene untereinander sprechen, da ist ja auch die Würde. Also ich rede wertschätzend, ich rede auf Augenhöhe mit meinen Mitmenschen und ich aufobtruiere hier niemanden irgendwie meine Grenze. Wir haben gesagt, um 8 Uhr ist der Fernseher aus, dann machen wir auch um 8 Uhr den Fernseher aus und das andere Wesen auf der anderen Seite wollte jetzt aber noch die letzten 5 Minuten Happy End gucken. Also wie reagiere ich auch hier auf Grenzen oder auf Absprachen? So ein schöner Satz. Man muss immer erst sein Zimmer aufräumen, bevor er zum Fußballtraining fährt. Ja, genau. Das ist mein Punkt übrigens wieder und der passt hier auch. Um das zu tun, musst du dir ja dessen überhaupt erstmal bewusst sein und dafür offen sein. Und ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen das leider überhaupt noch nicht sind. Gar nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach... Also du musst ja dich überhaupt mit der ganzen Thematik erstmal auseinandersetzen, um zu verstehen, dass diese ganzen Ismen, Rassismus, keine Ahnung, was alles in uns verankert ist, das siehst du aber nicht, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Und genauso ist es ja bei der bedürfnisorientierten Pädagogik auch. Also Sachen, die wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, die für uns selbstverständlich waren, sind es heutzutage ja Gott sei Dank nicht mehr. Aber das musst du ja erstmal sehen. Du musst ja dafür erstmal bereit sein, deinen Weg vielleicht zu ändern. Und selbst wenn du es bist, und das ist ja auch was, was... Ich bin davon nicht gefallen, mir passiert das noch oft genug. Ich möchte das, ich weiß es eigentlich besser. Ich weiß, dass hinter dem Verhalten ein Bedürfnis steht. Und trotzdem sage ich manchmal Sachen, wo ich denke, ei, 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 wo kommt das denn jetzt her? So, das... Ich glaube, das ist ein krass langer Weg, der halt auch irgendwie nie zu Ende ist. Unsere erste Folie in den BO-Seminaren ist immer ein Weg. Und den beschreiben wir. Und wir sagen immer, wir stehen alle an einer anderen Stelle. Und das ist so schön, wenn wir loslaufen. Wenn wir laufen und auch diese Stolpersteine mitnehmen und gucken, wo kommen wir hin, wo kommen wir her. Und wie geht es auch miteinander und wo bleibe ich auch mal stehen, weil ich merke, oh mein Gott, das löst gerade was in mir aus. Also auch weg von, wir müssen uns ständig reflektieren. Ich gehe da auch wirklich auch im Buch drauf ein, dass ich der Meinung bin, dass da wir müssen uns auch Pausen nehmen, auch vom Reflektieren und auch merken, gerade habe ich gerade so viele andere Baustellen. Und gleichzeitig versuche ich dennoch, möglichst wenige Grenzen zu verletzen, mich zu zeigen. Also natürlich ist es ein großer Weg. Und der Untertitel vom Buch ist ja auch, wie wir Kinder heute in die Welt begleiten. Das beschreibt es auch so schön, so wie wir begleitet wurden. Machen wir so einfach weiter. Ich meine, die Welt, wir sehen, was passiert mit der. Wie entwickelt sich die? Wie sind unsere Werte, die wir mitbekommen haben? Und sind die jetzt noch tauglich für jetzt? Und einige davon wirklich auch zu überdenken. Wir wissen einfach viel mehr heutzutage. Ich sage auch, wir fahren ja heute mit einem Golf 1, 800 Kilometer durch Deutschland und fühlen uns wahnsinnig sicher. Über die Alten, über irgendeinen Altenpass auch noch drüber. Ja, schön. Du hast eben noch BO gesagt. Hier möchte ich kurz untertiteln. BO heißt Bedürfnisorientierung. Das wissen aber doch eure Nerd, Leute. Ja, kann sein. Das wissen bestimmt ganz viele. Aber falls ja jetzt noch jemand zugehört hat, die es nicht weiß an der Stelle. Wir beide haben das jetzt gerade so schön gesagt. Deswegen möchte ich hier nochmal kurz einhaken. Also wir wissen ja auch ganz viel. Also jetzt, Katrin, dein Buch ist voller Power. Und auch wir, unser Buch hat ja auch viel Power. Und unsere HörerInnen hören uns ja. Es ist einfach immer so leicht, das zu lesen und zu hören. Und man denkt, ja, genau so mache ich das. Genau so will ich das. Und dann kommt eine Situation zu Hause. Und mein Kind grinst mich an, während ich es vorher gebeten habe. Bitte räum dein Zimmer auf. Und ich komme ins Zimmer rein. Und das Zimmer sieht aus wie Kraut und Rüben. Und mein Kind grinst mich an und sagt, nö, mache ich nicht. In diesen Momenten passiert ja nicht nur meinem Kind ganz viel. Es passiert ja vor allem bei uns. Ich finde, das Verhalten zu sehen, dass dahinter noch der Wutanfall versteckt, fiel mir, und das kriege ich auch bei meinen Klientinnen mit, bei kleineren Kindern noch relativ einfach. Ist auch übertrieben. Nichts ist einfach, wenn es um Kinder geht. Es ist immer irgendwo eine Arbeit. Vor allem nicht um die eigenen. Aber je älter die Kinder werden, desto schwieriger, finde ich, ist genau dieser Sprung. Wenn ein achtjähriges, ein zehnjähriges Kind in seinem Kinderzimmer sitzt und sagt, ich räume mich auf, dass du dann tatsächlich nicht in dieses Muster zurückkippst, aus der Kindheit, aus der Wir kommen mit. Solange ich das sage, tust du das, was ich will. Und dann fängt es an, finde ich, rückblickend gesehen, und begleitend technisch gesehen, wirklich einem weh zu tun. Oder? Mächtig. Die Erwartung steigt. Patrim nicht, das sieht ihr nicht. Ja, weil die Erwartung einfach natürlich steigt und wir natürlich dann auch denken, okay, jetzt müsstest du es doch aber schon. Also unsere Gedanken machen eine ganze Menge auch mit unseren Gefühlen. Also wenn ich das eine denke und das andere denke, verändert sich total was. Und nicht selten. Und das kenne ich zu gut. Gerade, wenn wir ein bisschen gestresst sind. oder ich gerade wirklich eher Ordnung brauche und Entspannung und nicht bei mir bin, dann bin ich letztlich auch dieses vierjährige Kind und diskutiere vielleicht sogar als Vierjährige mit einem älteren Kind. Also mit vielleicht, du sagst es gerade, Achtjährigen oder so. Dann sind wir auf einmal selbstbefangener. Und wenn wir da nicht wirklich, also wenn wir das nicht merken. Und ich finde auch, das darf passieren. Wir brauchen nicht diese Perfektion. Ich kann meinem Kind doch auch vorleben und sagen, ey, das ärgert mich gerade. Und ich bin da gerade echt auch an meiner Grenze, weil das finde ich gerade total störend. Und dann habe ich trotzdem noch mit ein bisschen Übung die Entscheidung, wenn ich sie noch greifen kann, drücke ich jetzt aufs Gaspedal und lasse es raus. Oder sage ich, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ich gehe jetzt drei Schritte zurück und lasse es mal ganz kurz so stehen. Und kann es trotzdem richtig blöd finden. Und da kommt ja der andere Punkt. Wir dürfen unterscheiden. Also wir dürfen den Menschen vom Verhalten trennen. Ich kann es gerade richtig blöd finden, was ein Mensch tut. Und gleichzeitig kann ich sagen, okay, gut. Ich glaube, diesen Moment zwischen Reiz und Reaktion, das ist eine Trainingssache. Ich glaube, ganz häufig genau daran scheitern viele. Das ist der Frustrationspunkt. Das ist auch der Punkt, wo zumindest, was ich mitbekomme, die Erschöpfung am größten wird. Weil viele Frauen sagen, oder auch Männer, aber ich begleite primär Frauen, sagen, ich würde wirklich so unfassbar gerne diesen Punkt erreichen. Ich erreiche ihn immer nur rückblickend. Wenn die Situation durch ist, dann gucke ich zurück. Ja, genau da hätte ich jetzt quasi da war. Zwischen Reiz und Reaktion eigentlich noch eine Millisekunde. Ich habe sie mal wieder verpasst. Noch verpasst. Und ich glaube, das ist so schön. Noch verpasst. Und wir biegen früher ab. Also das ist ja, glaube ich, das nicht zu sagen, ich will es gar nicht mehr machen. Und ich habe jetzt wieder ein Buch gelesen. Jetzt gelingt es mir hinzu ein bisschen besser. Und vielleicht bin ich auf der Schnellstraße und letztes Mal bin ich 200 Meter gefahren. Bin dann erst zur Ausfahrt gewechselt. Und vielleicht schaffe ich es das nächste Mal bei 190 Meter. Und diese kleinen Erfolge feiern. Ihr sagtet vorhin auch, wir sind oft so mit so einem Negativ-Gehirn behaftet. Wir sehen oft so diese Defizite. Also ich glaube, da ist auch viel mehr zu feiern, zu zelebrieren und zu sagen, mir ist es aber schon anders gelungen. Ich merke es. Und ich glaube auch das Merken. Hey, super, genial, mega. Aber das ist ja was, was wir als Kinder selber nicht gelernt haben. Wir haben ja nicht gelernt, uns für unsere Erfolge zu feiern, sondern immer noch mehr zu geben, um noch besser zu werden. Und ich glaube, da sind so viele Schwierigkeiten drin. Selbst wenn du diese Millisekunde triffst und es schaffst, dich zurückzunehmen. Und dann hast du aber ein Kind, was ein Bedürfnis nach Vertrautheit oder Geborgenheit hat. Und es läuft dir einfach hinterher. Kannst du auch nichts mehr machen. Oder du bist halt so auf, dass du wirklich nicht mehr weißt. Ich glaube, dass das so krass schwierig ist und so viel Übung bedarf. Und dass es genau deswegen so wichtig ist, solche kleinen Sachen zu sehen. Aber auch die gehen einfach so schnell unter. Das ist ja auch egal, mit wem du sprichst. Wenn du sagst, sagen wir mal drei Sachen, die dich gerade krass nerven, kommen 17 innerhalb von kürzester Zeit. Wenn du, was wir ja hier auch am Armbrotstisch zelebrieren, sag mal drei tolle Dinge, die heute passiert sind oder drei Dinge, die dich beschäftigt haben. Oder was war das Schönste heute? Dann ist immer erst mal so, hm, ja, was war denn jetzt eigentlich schön? Also ich glaube, auch den Blick dahin zu schulen, auf schöne Sachen, auf gelungene Sachen, auf kleine Erfolge zu fokussieren, ist halt auch wieder so ein Weg. Es ist so unfair. Wir lesen alle ein Buch und trotzdem müssen wir irgendwie immer wieder den gleichen Weg gehen. Ja, und ich glaube tatsächlich, so wie Katrin eben sagt, es geht ja auch nicht darum, noch ein Buch zu haben, noch zu lesen. Es geht um die Übungen. Es geht darum, dass wir selber diesen Weg immer wieder, also nicht müde werden, es zu versuchen, zwischen Reiz und Reaktion, also eine für mich gut anfühlende Reaktion zu finden. Das kann hundertmal in die Grütze gehen. Wenn es einmal davon gut gelaufen ist, dann freuen wir uns ein bisschen, dieses eine Mal, wo es gut gelaufen ist und nicht über die 99 Male, die es vielleicht nicht geklappt hat. Weil das ist, ich glaube, das sage ich auch immer wieder in meinem Coaching, das Ganze ist ein Weg. Also es geht vielleicht primär gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern das Ziel ist das Ziel der Weg selber. Und wir werden immer wieder Rückschläge haben, wir werden immer wieder feststellen, dass es sich so leicht anhört und so leicht gelesen lässt. Aber in der Realität ist es einfach häufig, einfach unfassbar schwierig ist, dass auch gar nicht darum geht, irgendwann perfekt alles richtig zu machen, sondern es geht immer mal wieder um Situationen, die wir mal anders gemacht haben, als wir es eigentlich gelernt haben. Und ich glaube, wenn wir uns darauf alle einigen können, dann haben wir schon so, so, so viel mehr erreicht, als die Generation vor uns. Was wir damit halt schaffen, wir haben halt auch echt dann damit so seelische Grundbedürfnisse, die wir uns erfüllen, nach Wertschätzung, nach Gesehenwerden. Das heißt, wenn wir uns sehen. Und das wollte ich noch kurz sagen, so am Ende beschreibe ich auch Tools. Also wir dürfen uns ja auch gucken, wie kriegen wir so kleine Anker, kleine Bilder in den Kopf, wo wir üben können. Also ein Tool, rosa Brille zum Beispiel, genau das, was wir gerade beschrieben haben, auch die bewusst aufzusetzen und sich dafür zu entscheiden. Ich fange jetzt an, gerade zu meckern, stopp, ich nehme mal kurz die rosa Brille und gucke mal da durch und gucke, wie sieht es denn eigentlich, oder wie könnte es denn noch anders? Das Zimmer macht mich wahnsinnig. Das ist so verliebt wie in mein Kind, wie du es auch schreibst, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Also ich weiß, auch da geht es nicht allen Menschen so, aber dieses Erfülltsein irgendwie, statt nur den Dreckberg zu sehen. Ich wollte gerade noch sagen, ich komme in ein Zimmer rein, das Zimmer sieht chaotisch aus und ich will mich nicht darüber aufregen, dass mein Ordnungsbedürfnis hier übergangen wurde. Also ich kann mich freuen, dass mein Kind so kreativ war, dass es so schön gespielt hat und sich so wohlfühlt in seinem Zimmer, dass es gerade aussieht, als ob da jemand lebt. Und dann kann ich vielleicht sagen, und was brauche ich gerade? Eigentlich brauche ich gerade was anderes. Und noch eins zu dir, dann bist du, dann sage ich genau nichts mehr. Und Zeit zurückdrehen. Das ist noch so ein anderes Tool. Also was gerade passt zum Üben. Wir können uns ja auch so kleine Dinge immer mal so rausholen, die uns vielleicht helfen. Das beschreibe ich auch einfach. Ich mache was und merke, ach, es war gerade blöd. Und das habe ich tatsächlich in einer Phase mit meinen Kindern so gerne gemacht. Und ich bin wirklich, stopp, ich mache es nochmal. Das heißt, ich kam rein, habe gemeckert, habe gedacht, scheiße, was war das jetzt? Mist, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Boah, fuck. Entschuldigung. Bin raus, habe wirklich die Tür nochmal aufgeschlossen. Das hat mich angeguckt, dieses Kind gesagt, was macht die denn jetzt? Ich so, ja, ich wollte es nochmal machen. Und sie hat das immer wieder nachgemacht. Und wir haben so gespielt, wie können wir eben auch andere Wege gehen, wo wir eigentlich dann doch gar nicht so stolz gewesen sind in dem Moment. Und das verankert ja auch. Also man hat ja ein bisschen Spiele gemacht. Wir haben Alternativen. Es ist noch lustiger, wenn man übrigens so macht, weil dann hast du erst ein bisschen Lacher direkt auf deiner Seite. Das machen wir tatsächlich auch. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass wir nicht vergessen dürfen und es kam ja auch gerade schon in dem, was du gesagt hast, Katrin, rüber. Es ist ja nicht nur, dass hinter dem Verhalten unseres Kindes was steht. Es ist ja auch bei uns ein Symptom. Also wenn wir uns so verhalten, wie wir es eigentlich nicht wollen, wieder irgendwie viel zu kaputt sind, zu schnell gemeckert haben, irgendwas auch immer, dann ist ja meistens bei uns auch mindestens ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und das ist, glaube ich, das, was wir an der Stelle ja auch immer wieder sagen an alle Mamas da draußen, an alle Papas da draußen, an alle Menschen generell, egal ob mit Kind oder ohne. Wenn es dir selber nicht gut geht, kannst du dich einfach nicht um irgendwas und schon gar nicht um andere Menschen kümmern. Und da dürfen wir, glaube ich, auch alle nochmal hingucken und überlegen, was hätte ich denn da jetzt wirklich gebraucht? Wonach war mir denn gerade? War es Erholung? War es Ordnung? Was auch immer? Und wirklich Luft drauf achten, genau. Bei Neugeborenen gehe ich mit, bei Kleinstkindern auch. Aber ab einem gewissen Alter der Kinder dürfen wir wirklich, nein, wir dürfen nicht, wir müssen anfangen, uns wieder um uns selber zu kümmern, weil das funktioniert anders einfach nicht. Ist gut. Mal gucken. Siehst du? Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, nichts, gar nichts. Sehr schön. Sehr schön. Imke, halt doch das Buch bitte nochmal kurz in die Kamera. Ja, ich bin das Nummern für heute. Ich könnte meinen Spotify-Account hochhalten, aber es bringt nichts genau. Ich sehe, was du brauchst, erschienen bei Harabik, wie wir Kinder heute in die Welt begleiten. Ist überall erhältlich im stationären Handel. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes. Katrin, wie auch deine Homepage, dein Instagram and whatever eben noch verlinkt werden muss. Sehr schön. Katrin, so toll, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank. Das wird auch hier wieder nicht das letzte Mal gewesen sein. Hier kommt nie einer nur ein- oder zweimal von. Und auch du nicht. So schön. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Also, ihr Lieben da draußen, nicht verzweifeln. Nee. Schaut da einfach mal rein. wiederkommen. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Wir wollten über den Vogel sprechen. Stimmt. Aber ich finde, das ist eine mega geile Folge für sich selbst. Das ist nämlich, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, mein persönliches Thema. Lass mal bitte darüber nochmal in einer anderen Folge sprechen. So, jetzt sagen wir auch nicht, über Vögel. Über Vögel. Wir lassen das jetzt so stehen. Vögel, das Tier. Ja. Also, ihr Lieben. Kommt gut durch die Woche. Genau. Passt auf euch auch und bleibt gesund. Tschüss Katrin. Ciao. Tschüss.